so packt mir jetzt nicht rum ich glaube ich sehe die häuser schon das sieht gut aus warte 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 jedes mal passiert mir das mit dem motorrad ja genau fahr gegen den baum ja perfekt damit und das müssen wir mitnehmen warte einmal kettensägen massaker nachtanken warte schwester warte doch so einer weniger noch jemand mit kohle können wir schießpulver machen und dann die patrone so schönes kino einmal aufsitzen einmal drauf da 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 was ist das ist normaler stein das ist ich hab behupt und das nochmal ach das ist eisen stimmt nehm mal mit so weit ok top nicht nach daheim so reaper 17 uhr also du hast die fallen dinge hast du jetzt auf holz ne und dann nochmal holz welche die spitzen dinge die pixie ja die sind einmal aufgewertet einmal ok wird schon reichen wird schon reichen so haben wir es ja bald geschafft home sweet home ist ja fast wie zu hause so endlich angekommen ach da hatte ich ja gar nichts drin ähm 22 uhr kommen die zombies das seht ihr nur ein bisschen schlecht wegen dem overlay so das müssen wir einmal reparieren und den ganzen scheiß loten das können wir mal da reinpacken ok das eisen können wir ja grad noch mitnehmen was sind das beretta schrotflinte hier so sexy das tun wir hier rein bei meinem glück gehe ich eh wieder fünfmal drauf okie dokie sehr schön so das ist das lager genau junas lager hat oh sie hat es aus schwarzer farbe jetzt gemacht das ist ganz ok juhu und lager hier kommt man rein kann seine sachen rausschmeißen die man so beim looten gefunden hat die meisten kisten sind eigentlich so leer aber ich fange immer so oben in der ecke an und schmeiße alles rein wenn die nacht einbricht tut man das ja meistens sortieren dann kommt man hier rein und hat hier die schmieden das sind die zwei normalen schmieden hier kommt noch mal lila und grün schmiede rein die muss man noch extra herstellen oben haben wir holz steine lehm brustern glas geschmiedetes eisen eisenbruchstücke erze und messing blei dann haben wir hier die ganzen waffen die müssen wir uns noch ein bisschen zusammen basteln hier haben wir ja zement pflastersteine und da kommen noch so andere sachen die man dann einfach zum häuslebau braucht medikamentenschrank bücherei vollgepackt mit weiß gott was für bücher und sowas die eigentlich keine sorge mehr lesen müsste aber trotzdem hier kann man noch was mit blaupausen anstellen die sachen zum erlernen muss ich mir mal genauer angucken obwohl ich eigentlich schon alles hier erlernt habe hier die nette küche da ist zombie tastisch drin und bastelt auch nachher seine sachen dann alles zurecht mit den ganzen schränken und sowas und ja das sieht ja schön aus obwohl das wird doch reichen die kühlschränke hat er ja auch noch genau hier fehlt noch ein wasserhahn kommt noch alles noch in planung genau hier kann er seine feuerstelle machen hier sind wir nicht so wenn er grad nicht da ist tun wir dem mal was rein dass er später auch kochen kann so hier drüben ist unser schlafgemach normalerweise das ist doch gar nicht mal so schlecht die idee schlafsack dafür brauche ich stoff das ist mauer 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 hier sind unsere ganzen schmieden und zementmischer müssen wir noch mal zwei stück kaufen und das ist das was ich mit den schmieden schon gesagt habe die farbe normal sieht es so aus hier gibt es noch mal eine lilla sowie auch noch in grün und dunkel lilla kann jeder was anderes machen ok das ist braun dann ist es halt braun motorrad teile teile kiste elektroteile motoren und batterien werkzeuge werkzeugteile bausachen und deko genau kleidung und wenn es aber schon mal kleidung ist dann könnte man sich das dann mal raus tun und macht sich dann da draus ach ne du brauchst pflanzenfasern dein ernst gut dann gehen wir nochmal raus uiuiui wie viel uhr ist es ähm 17.49 ok da ist ja ein schlafsack 17 uhr 49 so ha da schläft der tobas jetzt ja ok warum hier stroh liegt wissen wir nicht es ist so also das brauche ich benzin habe ich da eisen könnte ich noch schnell reinschmeißen das eisen nehme ich mal vorsichtshalber mit ach ach mist das schmeißen wir auch rein ein am bus könnten wir machen und wir müssen doch nochmal am bus oder ja dann machen wir zwei am busse das jetzt passt stroh war hauptsache blond nein 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 es fängt das blitzen an auch wenn wir hier im keller sind schön sprengstoffe waffenteile waffenteile munition hützen also mit was mache ich denn meinen spaß scharfschützen gewehr hast du drauf bock ja reaper hm scharfschützen gewehr magst du wenn noch eins da ist ich glaube ich habe aber auch andere ich habe ja hauptsächlich nur millimeterpatronen gemacht ich habe da gar nicht munition für maschinenpistolen nope nope ne remington nehme ich auch noch mit braucht kein mensch oh god wie viel zu wenig patronen was brauchen die denn nochmal die brauchen 7, 7, uff da habe ich eigentlich relativ viele und du brauchst 9 Millimeter und du brauchst 32 Millimeter boah raketen muss aber sagen so viel haben wir echt nicht wir müssen unbedingt Munition mal machen es geht nur wenn ich den blöden labbotisch habe habe ich denn hier irgendwie noch munition das ist halt alles was wir eigentlich normal nicht brauchen verbannt nehme ich auch mal mit falls sie her schaffen sich verletzen du könntest ja mal kurz juna schreiben ob die noch schnell mit rein joint und Harry P Kettensägenteile Schrotflinten Patrone ich sehe keine Patronen mehr da sehe ich gibt es hier noch Patronen nein das ist ein Motor na gut einen Knüppel brauchen wir nicht so schlimm wird es ja wohl nicht sein ok Türe zu sonst meckert wieder Jürgen dass ich wieder alle Türen auflasse haben wir hier noch was nö aber das nehmen wir uns mit dass die nachher was haben so einmal trinken essen dass das Essen wieder hochkommt und nochmal einmal essen und noch einmal trinken dann haben wir es geschafft 18.41 Uhr ja es blitzt ich weiß Oh, warte, 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 warte. Oh, warte, warte, warte. Ganz ruhig, ganz ruhig, Thomas. Du schaffst das. Kriegen wir hin. 19 Uhr. Und es blitzt. Juno, hast du was geschrieben? Ich hab noch gar nicht geschrieben. Schreib doch, die muss ich ja noch einwählen. Tu es. Ja, dann weiß ich auch nicht, dass ich schreibe. Geht's oder soll ich schnell machen? Hab schon. Hast du schon, okay. Hallo, Juno. Wie geht's dir? Hab A geschrieben. Kommst du online? Jetzt kann ich antworten. Werde kommt gleich. Kommt sie gleich, okay. Die spielt aber gerade arg. Ja gut, die paar Tierchen da. So. 19 Uhr. Also Waffen hab ich eigentlich alle dabei. Ich tu nur schnell eine Kiste rein. Kann man hier hoch? Hoch, alter. Cool. Kiste. Kiste. Gibt es keine. Wie heißt das? Truhe. Truhe. Was? Ach, das ist ja noch das. Das Englische. Ähm, ich tue. So. Aufmachen. Warte. Passi. Ich erkläre es gleich. Gut, das schmeiß ich mal. Ne, das krieg ich. Das hab ich mir besorgt. Das ist meins. Heute Abend ist schlecht, sagt sie. Echt? Ja, sie spielt gerade mit einer Freundin arg. Okay, nicht so schlimm. Kriegen wir auch so hin. Ähm, ich hab diese kleinen Piekses aufgewertet, dass mehr Zombies drüber laufen können. Okay. Die krieg ich noch hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Schön, dass eine Vorhorde kommt. Kommt her. Gut, dann gehen wir schon mal runter und tun nochmal weiter aufwerten. Äh, Treppe, lass mich los. Hallo? Hallo. Dummes Ding. Gut, ich hab kein Eisen mehr. Läuft. Ich mag mir den Spann. Ja, genau. Ernsthaft. Ich bin wirklich über den Pieksi gelaufen. Uh, uh. So, alle zu Hause schön den Fernseher leiser machen. Ja. Ja. Du lebst ja immer noch. Oh, jetzt ist er weg. Schuhe. Schön. Ich möchte, wenn wir ja Schuhe haben. Uh, T-Shirt. Äh, okay, backt ein bisschen. Ein paar T-Shirts, toll. Könnten wir vielleicht auch mal mehr haben? Sonnenbrille. Oh, ne Schatzkarte. Was macht denn ihr? Hahaha. Wie nennt man das nochmal? Auf ne Party macht man den Spaß doch immer. Oh, oh, oh. Da liegen sie. In Reih und Glied. Na. Und dann stehst du einfach auf. Schön. Jetzt machen wir die erste Runde. 19 Uhr 48. Kriege ich denn das Fleisch denn nicht raus? Wir brauchen das noch später für den Zombie, für seinen Foto-Lizer. So. You are taking trap damage. Okay. Was auch immer das bedeutet. Man muss nicht immer alles wissen. Blutmord. Wie viel Uhr ist das denn? 20 Uhr. Waffen habe ich da. Gerade nicht die Welt, aber... Komm ich auch jetzt gleich mal. Okay. Die Bäume hier noch mit mir. Hier genau. Backen. Ich hab gar nicht noch fest. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Okay. Spitze. Spitze. Was hat man denn schönes... Was hab ich denn überhaupt schönes an? Boah, ich seh ja ganz okay aus. Geht eigentlich. Umso mehr ich anziehung und beschissener ist es nachher. Da ist mir nachher viel zu heiß. Schimmliches Brot. Weg. Was bringt mir eigentlich diese Schutzbrille? Okay. Schläge, Stiche, Strahlung. Ja gut. Okay, okay. So. Jetzt müssen wir... Knappe zwei Stunden In-Game-Zeit warten. Hmm. So. ... ... ... ... in der falle jürgen kommt gleich jürgen jürgen gut und sonst so wie war weihnachten als okay also ich darf mich nicht beschweren ich habe viel zu viel gefressen das war eigentlich echt schlimm viel zu viel getrunken oh ja glaub mir spielt nie mensch ärgere dich nicht gegen zwei frauen die bescheißen mehr wie als andere das ist dann ganz schlimm kann man die noch mal nach der schon 15 20 uhr 30 danke für den follower danke an die säcke vorlieb danke noch einen einzigen habe ich da meine 50 voll hoch gott ich weiß noch wie ich angefangen habe es waren noch zeiten da war ich noch jung und knackig die haare waren in meinen augen waren schöne zwei wochen sie könnten ja schon mal zwei drei zombies auch mal so schicken den können wir noch so platt machen schön klingeln waffen sind auf fertigkeit 10 was war noch mal chemie tisch chemie tisch dich brauche ich wissenschaft 7 wissenschaft spieler level 60 das ist doch krass hallo welcher mensch zockt bis 60 mal klebeband obwohl doch ich habe nur noch zwei level dann habe ich ja 60 erreicht an dies ecke an dies ecke schönes logo hat der sieht echt gut aus jetzt bin ich nachher mal gespannt was so deine ding aushält ne deine falle hier das bin ich auch herr rieper oh die spiellevel oh die spielwelt abartig weit also ich bin jetzt hier mit dem motorrad mal ein bisschen gedüst ja und da ist mein motorrad leider kaputt gegangen und es geht immer noch weiter und weiter und weiter auch grenze das ist das ist ewig ich denke das wird das vier oder sogar sechsfache von vanilla maps sein es ist brutal groß es ist sogar so ekelhaft groß dass teleportation echt schon fast notwendig wer 20 u 56 noch eine ingame zeit du da du da ich bin infiziert wie schlimm ist es denn du 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 ach quatsch das ist ja das maximale spieler level oh das ist gut ich habe auf der playstation habe ich mal 110 geschafft das weiß ich ehrlich gesagt nicht keine ahnung mindestens 150 bin mir echt nicht sicher weiß ich nicht ich kann es gar nicht sagen wir müssten mal so ein ding buddeln so ein tunnel das wir komplett zu machen könnte die falle verstorch ja thomas das hört sich sehr gut an ok nun zombies kommt doch alle herrn alle herrn alle herrn d d d d d d d d So, warte, warte, ich bin wieder hier mit meinem... Reaper, jetzt musstest du wirklich langsam kommen. Wie viel ist es denn? 21,20. Okay, ich hab's auch gleich geschafft. Okay, passt. Ich mach euch alle fertig mit meinem Messer und mit meinem Zahnstocher. Kann man auch hier oben drauflaufen? Oh, genau. Selber schuld, Thomas. Bist du auch selber schuld? Ich hab gar keine Verbände. Machen wir noch mal ein paar Verbände. Verband. Verband. Witzigerweise wäre das echt cool zu wissen, aus welcher Ecke die immer kommen, aber die können leider überall herkommen. Das ist ja immer das Problem. Das ist ja immer dasiemk impression Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018